Es geht, Yalla. Oh, hallo. Ja. So, willkommen, du bist Kandidat. Gewinnen wir die Runde, bekommst du 100 Euro. Sag, Valla. Nee. Ah, okay. Okay. Nimmst du die Herausforderung an? Ja. Hey, cool. Wie alt bist du? 13. Das haben wir ganz schön lange überlegt. Ja. Okay, alles klar, 13. Ich bin auch 13. Witzig. Valla? Nee. Okay. Okay, gut. Du hast jetzt schon dreimal Valla gesagt, in drei Sätzen. Nein, in zwei. In zwei. Was heißt das? Was? Was heißt Valla? Deine Hose ist nass. Valla heißt, hast du es gemacht? Ja. Ja. Was heißt das? Okay. Mhm. Alright.